Geht Woodrow die Möglichkeit und der nutzt sie auch direkt. 2-2 der Ausgleich, 70 Minuten rum. Endlich gibt es mal wieder was zu beklatschen, denken sich auch die Betreuer oder Satzspieler beim FC Forum, die hier also zum Ausgleich kommen. Ähnlich wie beim ersten Treffer war das nicht unbedingt zu erahnen im Vorfeld, dass das passiert. Aber wenn der Gegner immer einen Fehler macht, dann wird das entsprechend auch gleich mal ausgenutzt. Corley Woodrow, 20-jähriger Engländer, mit einem saftigen Rechtsschuss. Profiziert er vom Fehler von Coles, den wir da kurz noch gesehen haben. Und dann zieht er da einfach mal direkt ab, platziert unten links.